Das hat Mario Basler nach seinen Flachschüssen nicht mehr. Der hat wirklich einen fantastischen Spannstoß gehabt, wenn das Hirn genauso entwickelt wäre wie sein rechter Fohr. Was war denn da los? Dieter Höhners. Und? Habt ihr noch guten Kontakt? Weil ich gesagt habe, dass es ein Verbrecher ist. Ist er einer? Weil er hat der BSC Berlin in den Ruin geführt hat. Und dann hat er sie zwei Wochen später beim Doppelpass beschwert. Und hast du ihn denn noch mal getroffen danach? Ach, wenn ich dann getroffen hätte, wäre er ja nicht mehr da. Das war's.